So, und da kann ich jetzt auch nicht raus. So, und da sind wir jetzt eigentlich erstmal nur auf dem halben Weg. Weil das ja immer noch nicht bedeutet, dass wir raus sind. Sondern das bedeutet nur, hey, wir haben ein Stück. So, was ich hier jetzt noch machen möchte, ist halt wirklich, ähm, dieses Stufenprinzip, das ich jetzt da hinten mir ausgedacht habe, hier auch nochmal anzuwenden. So, da sind wir nämlich jetzt unter der Decke. Und dann können wir nämlich das Zeug, das hier in den Wänden hängt, sobald wie möglich, ähm, einzeln rausziehen. So, okay. Okay, das funktioniert nicht. Ich würde es mal ausprobieren, ob es doch noch klappt. Ja, klappt. Okay, und da ist der Eingang. Hier hinten geht es ja auch noch weiter. Brauchen wir jetzt Nacht, oder wie? Also irgendwo hier gibt es jetzt ein... Ah, da oben. Ein blaues Leuchten, wollte ich gerade sagen. Das ist einfach der Nachthimmel. Also hier dieses Höhlen-System, das ist ja echt der Hammer. Muss ich echt so sagen. Und jetzt muss ich auf jeden Fall markieren. Und wie mache ich das am besten? Ah, da oben sind Wolken, okay. Tiefhängende Wolken sogar. Und ich weiß jetzt sogar gar nicht mehr, aus welcher Himmelsrichtung ich kam. Aber was wir jetzt hier machen, ist, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Erde. Muss ja nicht viel sein. So, dann würde ich jetzt auf 4 gehen. Sagen Fluff. 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 Und Fluff. Fluff. Okay, und dann weiß ich, hier war irgendwas. Und da hinten geht noch irgendwie ein Bogen weiter. Seht ihr den? Den würde ich mir eigentlich auch ganz gerne mal angucken wollen. Aber bevor ich das mache, springe ich da drüben ins Wasser. Ah, manchmal bin ich ein Depp. Okay. Also, und da vorne war so ein Bogen, den würde ich mir jetzt echt gerne angucken. Okay, und da gibt es auch wieder eine Höhle. Oh, das ist mir jetzt gerade egal. Ich wollte mir diesen Bogen angucken. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich doch in Ruhe. So, und hier haben wir eigentlich auch wieder eine total hübsche Landschaft. Schade, dass es gerade so dunkel ist. Ey, wir haben hier wieder eine total hübsche Landschaft eigentlich. Mit Steilklippe und allem und Wasser und... Okay, aber da hinten leuchtet es. Das heißt, da hinten ist unsere Heimat. Und wie gesagt, ich finde es gerade gar nicht so verkehrt, dass wir da diesen Turm hingebaut haben. So, und dann würde ich eigentlich hier dann auch nochmal hinbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, dann machen wir hier nochmal Fackeln. Wie gesagt, fand ich echt nicht schlecht. Zack. Die Idee. Zack. Zack. Und zack. Aua. Und dann essen wir nochmal ein bisschen. Okay, und wie gesagt, das Licht da hinten bedeutet... Wir haben eine Himmelsrichtung, in die wir müssen. Was auch immer dieses Licht hier jetzt ist. Ah, das ist eine andere Höhle. Da würde ich dann aber eigentlich auch das gleiche machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So. Vielleicht ist das ja besser geeignet, um... Ähm... Wie sage ich denn das? Mein Sturz aufzufangen. Aua, okay, das nächste Mal fünf. Nein, aber ich will halt auch sichtbar sein eigentlich. So, da drüben war noch was. Und hier war der. Und da vorne sind auch schon wieder Leuchten. Ja, und da ist mein Haus. Ich sehe es schon. Mich halt ein bisschen irritiert. Vielleicht sollte ich mir leider mal besorgen. Okay. Ah, das ist die Höhle. So, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Also ich finde signifikante Punkte quasi mit so... Steinbruch. Ah, ja, stimmt. Steinbruch. Da habe ich mir ja auch schon komische Sachen überlegt gehabt. Aber ich finde die Höhle da hinten, die ich jetzt gefunden habe, finde ich eigentlich viel cooler, muss ich sagen. Also mit der kann ich echt gut leben. So, äh... Da wollten wir hin. Wir wollten zurück in unser Haus und dann wollten wir uns mal ein bisschen um Landwirtschaft kümmern. Abgesehen davon, dass wir hier natürlich auch, ähm... Andere Sachen machen wollen. So, vielleicht so ein bisschen ernten. Da war ja meine Bank zum Ausruhen. Da war der Bambus, den ich als Schilfmiss brauche. Und... Da ist auch noch Bambus. Und gut. So. So. Dann... Haben wir Kohle auf jeden Fall. Oh, da haben wir noch genug. Das heißt, du kannst eigentlich mal da rein und schön schmelzen. Erst bei dir da jetzt auch noch genug. Dann kannst du da rein und auch schön schmelzen. Ansonsten ist das in Ordnung. Dann würde ich zu dir hier mal sagen, da können wir auch noch Kohle reinhauen. Da haben wir noch mehr Ratten. Weil ich noch nicht weiß, was ich mit den Ratten machen soll. Ich könnte ja mal nehmen und gucken, ob es da irgendwie... Ähm... ...ne Idee für gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir unsere Kupferdinger mitnehmen. Und dann würde ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen Getreide ernten. Genau. So. 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 Okay, das ist nicht so gut. So. Dann würde ich da mal da hochgehen. So. Ein paar lassen wir halt immer über. Ach, da sind mir wahrscheinlich die Samen ausgegangen. Okay, dann würde ich doch mal sagen, wir machen uns noch mal ein Schwert. Brauche ich dafür einen Holzgriff eigentlich? Also, wenn ich mir ein Steinschwert machen möchte. Brauche ich da dich und dann... Zack. Ja. Okay. Das heißt, hier... Schnappe ich mir mal den da. Und dann sage ich hier Inventar. Zack. Zack. Und habe wieder ein Schwert. Das Einzige, was ich mich halt frage, ist, kann ich mir nicht eine Sense machen? So. Was wir aber jetzt vielleicht mal machen, ist, bevor wir uns zu sehr abmühen, würde ich vielleicht mal das ganze Gezuppel aus... Oh, hier gibt es noch freischwebende Kakteen. Die wollte ich auch mal bei Gelegenheit entfernen. Äh... Hilfe! So. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, war erstmal diese ganzen... den ganzen Kisteninhalt hier entfernen. Oder mitnehmen. So. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Und... Da ist viel mehr Zeug, als mir lieb ist. So. Dann sage ich hier mal Inventar. Gehen wir hier mal auf Tasche. Sag mal hier Tasche 1. So. Voll. 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 Das ist nicht voll. 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 Und dann gehen wir hier auf Tasche 2. Das ist voll. Das war nicht voll. Das ist 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 voll. Ich bin. Das ist voll.